ja mein name ist an die vp eine verfolgt mich gerade schon ja auch wie er heißt euch kommt so wie zu davor ist und wir werden jetzt schon verfolgt ist das wir können gerade nicht reden und tschüss es wird auf mich schon gleich tod wieder meine sachen aufgenommen jetzt wenn ich erst mal wieder sterben aber jetzt habe ich das ding auseinander genommen ich bin so was dann habe ich einen umgebracht das hilft mir ja wie soll ich den helfen ich komme direkt raus belebt ich wieder an sterben wenn ich jetzt wenn ich wieder aufstehen kann ich mich wieder wehren aber du hast dann auch noch ein paar p ja und das ist jetzt das wird reichen ich habe gerade medizin geschluckt denn dann haut der mich direkt tote du bist du vor unserer basis was auch so ich bekomme wieder von der medizin jetzt in das projekt schon so ein bisschen die form vom a klatsch play an dass ich in welches machen ja und ich merke gerade das ist echt ich höre die ganze zeit ich bin immer noch froh übrigens ich kann meine leiche nicht sehen ich bin direkt von so war und jan wie sie sind die ich sehe ich bin tot ok ich muss mal wie schlafen gehen damit die weg gehen ich glaube auch das ist auch noch dunkle man was ist denn so scheiße das sind jetzt gerade für mich eine dimension und die mir nicht gefällt da wir sollten hier unsere basis irgendwie bach und echten irgendwie kommen wir ja nicht mal hier wenn wir tun wir immer wieder hier respawn deswegen war dann auch noch was jetzt fällt er doch noch an zu regnen ja wir sitzen irgendwie von der traufe in den regen ja mir ist kalt und ich bin nass dann kommen in arg ja ja also es kann am nächsten nicht sein da das wird sie keine schock sind wir haben in unsere eigene basis zu kommen jetzt schon wieder hier sind ich schwöre aua die sind immer noch hier oder oder es ist ein oder oder ja es ist doch ich bin tot weiß ob es zu sehen so wie er tot wir kommen wir nicht mehr durch ich war schon mal unsere basis ja du baust ist einfach ich werde ich werde diese basis nicht aufgeben ich höre schon wieder gegner ich höre auch schon wieder gegner hier sind welche abflucht sind das heißt ich komme hier noch nicht mal weg und die bock herein ich glaube weil ich ja wenn man beim kalt und nur weil ich nass war deswegen kalt war aber habe ich bin ich erfroren und dann kann man umgekehrt der mich angetreten hat das lag daran lag es genau oh ja ich merke schon wieder gelungen der bildschirm sich blau fährt das heißt ich habe schon mal mein zeug wieder sehr gut nein ich kann nicht töten den seestern töten guck mal ob du schlafen kannst glaube ich kann schlafen aber du musst auch schlafen ja ich bin aber hier ist im moment gerade keiner aber ich glaube dass ich ja ich habe welche schlafen wir können nicht schlafen weil die gegner sind ja das ist jetzt nicht wahr ich will jetzt mal meine leichte ist der denn ich hoffe habe ich bekomme nicht schlafen ich glaube jetzt auch von der tür direkt ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche was du mich zu wärmen ach du scheiße fänger weg von unserer ja prüsst euch ich schaue ich die zähne aus ein paar getötet okay ich muss mir das noch wer ist noch einer ich höre ich höre ich höre ich höre ich höre noch ok ja ja das schlafen gehen schlafen gehen ja klicken am plan ich hoffe ich habe mich dadurch wieder hoch schlafen ich habe hunger und ich glaube ich habe kommen für sie nicht unsere lagerfeuchen zerstört hier liegt eins jetzt ja ich brauche zwei steine und ich brauche noch ein paar stöcke hast du noch zwei stöcke aber ich mache mir nach dem zu essen ich kann keine arme ertragen ich muss ich muss sagen was zu essen machen ist es tut leid ich kann keine arme ertragen so trotzdem wir bleiben jetzt in unserer basis diese basis wenn wir jetzt verteidigen jetzt reicht es ich bin jetzt oft genug gestorben jetzt gibt es nach dann würde ich das bein und ich kriege den namen also nicht aber das meint ist fertig neuer kann überlesen habe ich auch gerade bekommen vom wissen was die haben uns jetzt auch oft genug umgebracht und den hier training am liebsten noch die beine ich glaube glaube der vergisst so ein bisschen vor sich hin ich würde den schon keine sorge naja ich habe irgendwie verbessern also ich habe noch ich habe ordentlich so und tatsächlich ich hoffe dass sie mich alles gefahren ist bei mir was ich habe ich habe vier knochen knochen bräuchte man für die knochen rüstung 6 ich habe mir eine hergestellte ich kann ihn nicht finden da ist die knochen rüstung hast du sie gefunden ja ich habe auch gefunden eine einrüstung gegeben geil die rüstung ist jetzt hier wirklich alles wir müssen den unbedingt hier zeigen dass es hier unsere basis ist das ist unser wald alter die haben eine meiner ersten fallen zu stürzen ihr drecksäcke er kann flächig gewesen sei aber ich habe maßen und schon nach ich glaube damit kann ich jetzt der weg fertig bauen dann habe ich abgerissen ausgesehen na gut dann behalte ich halt das hausen feld aber noch mal knochen da sind auch mal typen wir brauchen auch steine boah was denn hier was steine braucht also ein weg jetzt unsere nachbarschaft wird auch wirklich ich versuche jedenfalls aber so viele steinarten aber dann wollen wir überrannt ja dann nimm dir mal alle steile die du kriegen kannst ich sammle noch mal eben ein paar stange ein verbrennt das meine ganzen typen ja bitte verbrennen sie ich meine sie werden sowieso wiederkommen so viel ist sicher hier da hallo nachbarn ich sehe da nichts hast du noch eine keule wenn wir nicht draußen ist noch eine drei knochen rüstung sieht man hat ja so ein bisschen sieht man das muss man wissen immer noch nicht fertig also viel so viele knochen so viele knochen da kann man mit den schädeln machen ich glaube damit können uns keulen machen schon eine keule ich habe auch eine auch keine so dass hier einlagern ich habe auch glaube ich noch was ich lager hier mal medizin ein ich hatte es nicht mehr aus kann keine steile mit fragen habe ich auch nicht wie sind wir in ganzheit immer voll mit stein ich habe keine ahnung brauchst du die ganze zeit den weg hier weiter ich baue den weg weiter jetzt aber dieser steine weg weiß ich wie man den kaputt macht man kann auch immer nur fünf steine mitnehmen das ist die wild ringelblumen mitgenommen okay dann haben wir hier noch nicht überhaupt ein richtig riesiger stein genau im weg ja normal machen wir denn hier ich werde mich jetzt mal weiter gehen in die andere richtung und zwar nicht in die richtung wo unsere nachbarn sind guck mich mal rum dann bin ich ja noch was ich habe gerade den koffer angesprochen wie soll das denn gehen wie zur hölle kann ich den koffer anspringen hey beantwortet mir das weiß ich doch nicht da kann aus dem gebisch gesprungen immer ein bisschen aufgrund der story ja ich meine wir sie jetzt oft genug gestorben das heißt wir können jetzt mal ein bisschen der kunden unter dass wir immer wieder verrecken ja das wissen nur ich sehe ich gar nicht in der nähe von unseren nachbarn ein paar stöcke und was weiß ich nicht ein ich finde ich aber gar nicht die ultimative waffe oder so ich habe noch ich habe noch ein dorf gefunden da sind schon wieder leute genau aus ja ja die angst vor feuer weg bombi ist doch ein dorf geil ja bei mir sind so typen aber die greifen milliarden diese noch nicht blau ist doch so ein dörfchen kann man zu deiner positionen auch wenn er sehr weit weg ist der typ verfolgt mich die ganze zeit oder gleich miniaden was hat denn benzin treibstoffkanister treibstoffkanister mit ja der umstreit aus ich habe erledigen aber mit nach oben zu fallen ja wird so ich habe eine kurze rüstung wir sind ich bin in deiner nähe wo ist die andere da ist schon wieder ein blauer ehrlich oder ich habe eine kurze mit dem mit dem 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 finden können langsamer als die flugzeug aber ich denke damit mache ich mehr denn ich habe die ganze zeit dieser feuer um keine andere lager vorher kann man machen ich denke einfach mal alles weg aber die gilt für den lego an eine übergezogene lego an kopf der nämlich mit nach hause schon irgendwie für irgendwann plötzlich ja bestimmt ist auch nur blutverströmt also nicht vielleicht wie sagt er hat spiel hat oder was er steht da unten hier du bist blutverströmt wahrscheinlich um eine infektion zu vermeiden ich habe meinen ganzen rüstungsdinger schon weg nach einem kampf ich bin sicher dass die blauen von hier oben herkommen ok ich bin nicht mehr blutverströmt das ist super muss ich mich nicht mehr waschen ich höre schon wieder gegner ich höre schon wieder gegner ich höre gegner ich renne weg hier ist auch noch ein blauer ey oh nein ich werde sterben also mit dieser axt zu kämpfen das ist keine gute idee ja ich bin auch gleich tot also natürlich machen wenn einfach ich habe ich gesehen wir haben ein problem der ist drin sind sie noch immer ich bin zu groß noch ein ja ich war noch ein also weg nein ich bin gerade erledigt ich bin tot ich habe erlebt noch macht keinen faden mehr jedes mal zu sterben ich bin nicht blutverströmt und meine hp da kann man nicht sein dass wir ständig sterben na gewöhnt sie dich ja weil ist es so wir sterben kommen wieder verlieren tun wir ja eigentlich nichts wir kriegen ja immer unsere dinger wieder naja weil wir halt immer wieder am selben ort sterben wie viele minuten haben wir eigentlich schon ein paar minuten glaube ich ja mann das ist meine leiche sie gefunden der geschwindigkeit bei den keulen und bei der axt ist einfach mal sowas von niedrig da macht schaden ja macht schaden aber damit kann man nicht kämpfen ich kann nicht lange freundlich anmachen weil er dann regnet ist er mache ich wieder unsere war uns auch wieder abgerüstet werden kann dreck den ersten part hatten wir noch schon frisst ja das ist vorbei ich merke dass ich gerade überhaupt keine energie habe und hunger habe oder so eine scheiße habe ich aber noch Snacks oder so ich habe Hitze nee halt das ist ein Stein ich baue mich jetzt hin ich bin tot glaube ich so mit ich das war warum doch was ich wusste was ist noch diese falle das habe ich mal vervollständigt das ist das wirtschaften ok hasenfleisch macht eine komplette so und von dem blauen hier trenne ich noch die beine ab ich kann keine beine mehr tragen wir brauchen unbedingt noch ein trockenlager damit wir noch mehr körperteile aufhängen können ja dekoration waffenhalter stocklager mauer ist repariert ich habe erstmal die früchte und meine arbeit aufgehangen wenn ich wieder mit platz habe damit der auch nicht mehr aufsteht der schweinehund mein feuer ist aus kann ok ich werfe mal die leiche mal raus ich glaube die will niemand oder der halt ich verbrennen sie lieber so ist schön ja noch ein bisschen was vom steinweg fertig natürlich noch kommt sagt bringt ich war die nicht dunkel aber benutzen irgendwie kaputt oder so aber schlafen gehen schlafen gehen also nicht kann ja wir können doch nicht schlafen gehen jetzt kann so müssen das ja wir ich habe immer noch ein knochen ich habe immer noch ein knochen für was ich habe immer noch ein knochen schlafen gehen können ja noch nicht ganz hasenfeld stehen für heute haben wir noch ein paar minuten aber wir sollten den partner wenden ja dann okay wir sind immer noch nicht tot aber ich denke das wird sich gleich ändern also wir sehen uns im nächsten Part wieder ciao tschau tschau tschau